Herzlich willkommen zurück. Wie du sehen kannst, haben wir in diesem Video viel vor, denn wir wollen jetzt viele Informationen aus dem gesamten Videolernzyklus bisher zusammentragen. Du solltest bereits wissen, wie man die Anzahl der Möglichkeiten bei unabhängigen Entscheidungen mittels Multiplikation geschickt abzielen kann, dass es dabei einen Unterschied macht, ob man Mehrfachauswahl zulässt oder nicht und dass die Anzahl der Möglichkeiten aus n unterscheidbaren Objekten eine Menge von k-Objekten auszuwählen, genau n über k ist. Deine Ziele für dieses Video sind, die Begriffe Variation und Kombination kennenzulernen, allgemeine Formeln für Variationen mit oder ohne Mehrfachauswahl aufzustellen und die allgemeine Formel für Kombinationen ohne Mehrfachauswahl zu festigen. Beginnen wir einfach einmal mit den Begriffen Variation und Kombination. Grundsätzlich geht es jetzt um Auswahlprobleme, also das ist so der große Überbegriff für das, was wir jetzt gerade besprechen und wir hatten im Rahmen dieses Videolernzyklus schon ziemlich viel mit Auswahlproblemen zu tun. Bei Auswahlproblemen kann man sich zunächst einmal die Frage stellen, ist die Reihenfolge, in der ich Objekte auswähle, wichtig oder nicht? Falls ja, also falls es auf die Reihenfolge ankommt, so spricht man von Variationen und Beispiele dafür wären Passwörter oder die Aufgabe Viererkajak, die wir im Rahmen dieses Videolernzyklus besprochen haben. Falls die Reihenfolge unwichtig ist, so spricht man von Kombinationen. Ein Beispiel dafür wäre, aus 8 Personen eine Gruppe von 3 Personen auszuwählen. Na gut, schauen wir uns jetzt ein paar Aufgaben dazu an. Vor uns stehen n Boxen, die von 1 bis n durchnummeriert sind. Zur ersten Aufgabe, wie viele Möglichkeiten gibt es, k gleich 5 unterscheidbare Bälle, nummeriert von 1 bis k, auf n gleich 3 Boxen zu verteilen. Nimm dir kurz Zeit, beantworte Frage 1 und stelle dann eine allgemeine Formel für diese Situation auf. Noch ein kleiner Hinweis, für jeden der k unterscheidbaren Bälle gibt es unabhängig voneinander n Möglichkeiten. Nimm dir kurz Zeit, pausiere kurz das Video, wir sprechen dann noch über die Ergebnisse. Wie uns der Hinweis bereits verratet, gibt es für jeden der k unterscheidbaren Bälle unabhängig voneinander n Möglichkeiten. Konkret bedeutet es hier, dass für alle der fünf Bälle drei Boxen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, es ist zum Beispiel auch möglich, dass alle fünf Bälle in ein und derselben Box landen, weil jedes Mal aufs Neue mit jedem einzelnen Ball dürfen wir uns für eine der drei Boxen entscheiden. Das bedeutet, es gibt 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3, also 3 hoch 5, also 243 Möglichkeiten, fünf unterscheidbare Bälle auf drei Boxen zu verteilen. Wenn wir jetzt auf eine allgemeine Formel kommen wollen, dann können wir entweder hier statt 3 und 5 n und k einsetzen oder wir überlegen uns nochmal kurz den allgemeinen Fall. Wenn wir jetzt n Boxen haben und wir uns k mal für jede davon entscheiden dürfen, dann muss die allgemeine Formel wohl n hoch k lauten. Um jetzt die Begriffe von vorhin auch noch hier ins Spiel zu bringen, hier handelt es sich jetzt um eine Variation, wobei Mehrfachauswahl erlaubt ist. Na gut, dann schauen wir uns gleich eine weitere Aufgabe an. Wie viele Möglichkeiten gibt es, k gleich 5 unterscheidbare Bälle, nummeriert von 1 bis k, auf n gleich 8 Boxen zu verteilen, wenn in jede Box höchstens ein Ball passt? Nimm dir kurz Zeit, beantworte Frage 2 und stelle auch hier eine allgemeine Formel für diese Situation auf. Pausiere kurz das Video, wir sprechen dann gemeinsam über die Ergebnisse. Na gut, hier müssen wir beachten, dass jedes Mal, wenn wir hier jetzt einen Ball in eine Box legen, sich die Anzahl der Boxen um 1 verringert, weil, naja, wir können nicht mehr als einen Ball in eine Box legen. Das bedeutet, für den ersten Ball haben wir 8 Möglichkeiten, für den zweiten nur noch 7, für den dritten 6 und so weiter. Das bedeutet, es läuft darauf hinaus, dass wir 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 oder man kann es auch schreiben als 8! gebrochen durch 3! gleich 6720 Möglichkeiten haben, diese 5 unterscheidbaren Bälle auf 8 Boxen zu verteilen, wenn in jede Box nur ein Ball passt. Eine allgemeine Formel können wir uns jetzt wieder auch aus diesem Beispiel hier ableiten, weil wir vorsichtig sein müssen. Grundsätzlich gilt jetzt für die allgemeine Formel, naja, für den ersten für den ersten Ball können wir aus n Boxen wählen, für den zweiten aus n minus 1 und so weiter und dann müssen wir nur schauen, dass wir hier rechtzeitig abschneiden und das schaffen wir genau, wenn wir n! durch n minus k! dividieren. Also eine allgemeine Formel für diese Situation ist n! gebrochen durch n minus k! hierbei handelt es sich jetzt ebenfalls um eine Variation, wobei hier Mehrfachauswahl nicht erlaubt ist. Jetzt kommen wir noch zu einer dritten Aufgabe und zwar, wie viele Möglichkeiten gibt es, k gleich 5 nicht unterscheidbare Bälle auf n gleich 8 Boxen zu verteilen, wenn in jede Box höchstens ein Ball passt. Feiner Hinweis, von den n unterscheidbaren Boxen muss eine Menge von k Boxen ausgewählt werden. Nehmen wir noch einmal kurz Zeit, beantworte Frage 3 und stelle eine allgemeine Formel für diese Situation auf. Passiere kurz das Video, wir sprechen dann noch gemeinsam über die Ergebnisse. Na gut, hier ist der Hinweis auch wieder sehr hilfreich, denn von den n unterscheidbaren Boxen muss eine Menge von k Boxen ausgewählt werden. Also wir haben 8 Boxen und aus dieser Menge von 8 Boxen müssen wir jetzt 5 auswählen. Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür? 8 über 5, das ist gleich 56. Eine allgemeine Formel für so eine Fragestellung kennen wir bereits und zwar ist das ganz einfach, ganz kurz n über k. Hierbei handelt es sich jetzt eben um eine Kombination, wobei Mehrfachauswahl nicht erlaubt ist. Im Rahmen dieses Videolernzyklus haben wir jetzt verschiedene Auswahlprobleme kennen gelernt und jetzt auch Bezeichnungen dafür eingeführt und erfolgreich allgemeine Formeln dafür gefunden. Jetzt stellt sich noch eine Frage und zwar gibt es auch Kombinationen, bei denen Mehrfachauswahl erlaubt ist? Ja, die gibt's und um die geht's unter anderem auch im nächsten Videolernzyklus.